auf jeden fall haben wir uns eine wärmebild kamera gekauft und wir dachten uns man muss doch einfach mal auf so ein gelände gehen in der nacht und gucken ob da irgendwas ist ich hoffe man hört die geräuschkulisse das ist übelst warmes so wir haben heute mal was komplett ausgefallen ist uns für überlegt für dieses video wir sind hier mitten in der nacht das ist glaube ich 1.30 oder so es ist komplett stürmig also falls man nicht überhaupt hört es ist eisekalt das sind glaube ich minus fünf grad oder so und wir sind einer location da waren wir in unserem dritten video einer unserer allerersten videos dürften von daher die meisten gar nicht kennen das ist hier so ein flugplatz und da wir damals eine blutlache gefunden könnt ihr euch auch noch mal angucken das video auf jeden fall haben wir uns eine wärmebild kamera gekauft und wir dachten uns man muss doch einfach mal auf so ein gelände gehen in der nacht und gucken ob da irgendwas ist das ist ja eigentlich mega spannend so mit so einer wärmebild kamera könnte man so kranke sachen erkennen und ja wir machen uns jetzt einfach auf den weg da rein gehen so ein bisschen die baracken ab und so und gucken ein bisschen mit der wärmebild kamera und ja mal gucken was uns erwartet komplett offenes video los geht's so man sieht alix jetzt hier gerade mal in der wärmebild kamera laufen ich finde auf jeden fall macht ihren job macht gerade einen 360 grad schwenk also hier scheint auf jeden fall kein mensch irgendwo auf dem feld zu stehen so Musik Wir sind jetzt auf dem Lost Place drauf, die ersten Meter. Wir machen jetzt hier erstmal kurz einen Schwenk, ob wir vielleicht jetzt schon den Wachschutz einfach ausfindig machen können oder irgendwelche, ja, irgendwelche Tiere. Was ist denn das denn? Ich weiß auch nicht, es hat keine lebende Form, es sieht aus wie so ein Schild oder so. Also man sieht schon mal kein Tier und kein Mensch bisher. Boah, es ist echt mega creepy heute. Es ist schon echt geil, wie man da mit allen Ohrwässe sieht. Was ist das da? Das sieht komisch aus. Ja, das ist keine Höhe, glaube ich. Das da sieht komisch aus, wo ich gerade hin filme, guck mal. Da ist voll der große, schwarze Punkt bei dem weißen. Keine Ahnung, was das ist. Lass mal da kurz hingehen, ich weiß, was das für ein großer Punkt ist. Das ist mega kalt, was da steht. Da ist mega kalt. Ja, das da ist. Das ist mega dunkel. Das ist auf jeden Fall richtig kalt, was da drin ist. Ja, das ist eine große Schwanzprache. Keine Ahnung. Ja, die sind abgestellten Miner da schon. Jetzt sind sie so. Alter, mega schütz, ey. Das sieht man nicht. Jetzt geht die Beine. Für mal ein bisschen. So. Wir sind jetzt hier in der ersten Halle drin. Ja, so weit reicht das Licht leider nicht. Auf jeden Fall extrem gruselig. Durch den Wind klappert alles. Man hört extrem viele Geräusche aus allen Richtungen. Ich werde jetzt gleich erstmal wieder einen Schwenk mit der Wärmebildkamera machen. Wer weiß, was hier für obdachlose Junkies. Was haben wir denn in der Halle? Dann wollen wir das Licht komplett auskorten. Da hinten steht irgendwas Kaltes. Ich habe so Schiss, dass hier gleich irgendwas in dieser Wärmebildkamera auftaucht. Das ist gerade stockduster. Da hinten in der Ecke ist auch was ganz Kaltes. Wie so ein Dämon. Oh Mensch, es scheint hier nicht drin zu sein. Ich fühle mal noch die Decke. Die Geräusche, die man hier die ganze Zeit hat, die sind halt extrem krass. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört, aber der Wind knallt halt die ganze Zeit gegen diese Hangartüren. Und es krattert hier übelst. Also das ist wie aus so einem kranken Film. Ich hoffe, man hört die Geräuschkulisse. Hier eine Nacht übernachten als Challenge, Alter. So, Alex steht jetzt mal symbolisch. Wie es aussehen würde, wenn ein Mensch da jetzt wäre in der Halle. Das ist quasi zack, 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 zack. Da ist der Mensch. Voll creepy. Sieht aus, als wenn du so eine Sport-Leggings anhättest. Das ist echt gruselig. Irgendwie auch cool. Man fühlt sich wie vom FBI oder vom Special-Einsatz-Kommando. Da vorne liegt ja irgendwas schwarzes. Äh, keine Ahnung, kann ich drei Sachen machen. Es ist, nee, es ist kalt. Man sieht. Es ist kalt. Es ist kalt da. Was ist es? Kann man es kaufen? Es ist... Wie so ein Joggen, so ein Joggen-Halter. Oh, die Geräusche sind übelst gruselig. Okay, ja, hier scheint niemand in der Halle zu sein. Ich hatte mal, dass da vorne sieht komisch aus. Das ist was übelst warmes. Oh, wo passt das Licht aus? Nein. Das war ein Wachschutz. Ja, das war ein Wachschutz. Das war ein Wachschutz. Das Licht, das ist bloß das Licht aus. Scheiße, Mann. Ja, das war auf jeden Fall. Irgendwie man das, der noch gar nicht aufgeräusche gehört hat und man hat es ja gerade gesehen. Alter, ist das creepy, Mann. Der kann man so viel vernichten, wenn wir das Licht nicht mehr anhören. Ja. Ja, das war ein Wachschutz. Ja, das war ein Wachschutz. Was soll der macht der denn damals? Also warten, bis der sich umfasst hat. Der sieht uns nicht so dunkel. Das war ein Wachschutz. Der sieht uns nicht so gut. Ich fühle mich an, wie es noch mal wie es ist. Das war ein Wachschutz. Ich fühle mich an, wie es noch nie wird. Ich fühle mich an, wie es noch nicht bist. Ich fühle mich an, wie es auch nicht so gut. Oh shit, ich kann nicht mehr sehen. Schuss! Schuss! Schuss Geh, 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 Geh! Untertitelung des ZDF, 2020